Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Eine Reise zu Dir. Ein Podcast für solche Frauen wie Dich. Du stehst voll im Leben, bist aber schon eine geraume Zeit irgendwie festgefahren. Beruflich wünschst Du Dir etwas Sinnvolleres und Du bist auf der Suche nach Deiner Lebensaufgabe. Diese Sinnkrise äußert sich in Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Gewichtszunahme, Unzufriedenheit und Frust. Manchmal auch Wut auf die Familie, auf Deine Umgebung und oft auch auf Dich selbst. Da gäbe es allerdings auch noch einiges mehr aufzuzählen. Du brauchst dringend eine Veränderung, Du suchst schon lange eine Lösung, Du bist bereit für neue Erfahrungen, Du möchtest leichter, bewusster und klarer durchs Leben gehen. Dann bist Du in diesem Podcast goldrichtig. Eine Reise zu Dir. Hier gibt es Impulse, Übungen, Ideen auf dem Weg zum leichteren und vor allem klareren Leben. Margit Häuser, Dein Host, ist Deine Reiseleiterin und Begleiterin auf der Reise zu Dir. Ja, hallo und guten Morgen, guten Nachmittag. Grüß Dir, grüß Gott, je nachdem um welche Uhrzeit und wann Du mich hörst. Schön, dass Du am Start bist und dass Du Dir die Episode 11, die an die Episode 10 anschließt, nämlich wie Du ins Tun kommst und allzeit beliebte Blockaden überwindest. Wir haben in Episode 10, ja schon zweimal 10, schon 10 Blockaden besprochen. Und ich habe ja versprochen, dass jetzt noch 6 Blockaden dran sind. Seit ich mich mit dieser Geschichte ins Tun kommen, intensiv beschäftige, merke ich, dass ich auch da einiges an Blockaden habe. Und allein mit der Beschäftigung merke ich, es geht weiter mit dem Podcast. Juhu. Also, Du hast Angst, nicht gut genug zu sein, wäre die 11. Blockade. Das ist ein echter Falschtrick. So ein Glaube, man muss immer Leistung bringen, damit man beliebt ist oder liebenswert ist. Und das kommt bei den meisten Menschen aus der Kindheit, aus der Erziehung, selbst noch aus dem Kindi und aus der Schulzeit. Vielleicht hast Du immer wieder das Gefühl, Du musst Dich besonders anstrengen, um gelobt, Vater, Mutter und geliebt von Freunden zu werden. Vielleicht wurdest Du auch mit anderen Kindern verglichen, also sowas wie bei mir, da ich so Hausarbeiten, also so Stricken, Flicken, Häkeln nicht so gut konnte, sagte meine Mutter immer zu mir, Deine Cousinen. Die sind viel, viel besser. Also vielleicht ist Dir das auch passiert, dass Du mit anderen Kindern verglichen wurdest oder dass Du gegenüber Deinen Geschwistern gefühlt benachteiligt wurdest. Denn immer wenn Du glaubst, dass Dein Wert von Deinem Erfolg abhängt, dann setzt Du Dich enorm unter Druck. Also die Lösung macht Dir bewusst, Du bist gut genug und zwar genauso wie Du bist. Du bist gut genug, selbst wenn keiner Deine Produkte kauft, keiner Deine Reisen bucht. Niemand Deine Kunst versteht sich, niemand für Deine Expertise, also für Dein Wissen interessiert. Du bist gut genug, auch wenn Du Dich blamierst oder keinen Cent verdienst. Du bist gut genug, auch wenn Du niemals einen Kunden gewinnst, keiner Deinen Blog liest, Du mit Deinem Vorhaben scheiterst oder merkst, naja, das ist wahrscheinlich nicht so das, was ich tue, was mir wirklich liegt. Du bist gut genug. Dein Wert als Mensch definiert sich nicht über materiellen Erfolg oder die Anerkennung anderer. Du brauchst Dir und anderen tatsächlich nichts beweisen. Du bist hier, auf dieser Welt, um zu leben, Dich auszuprobieren und in dieses Abenteuer Deiner Entwicklung zu gehen. Tatsächlich ohne Gegenleistung. Einfach so. Ja, Blockade Nummer 12 kennen wir vermutlich alle, ich auch. Du zweifelst ständig an Dir und Deinen Entscheidungen. Du triffst eine Entscheidung und stellst sie vorher sowieso schon mal ewig in Frage. Dann triffst Du die Entscheidung und auf einmal bist Du Dir nicht mehr sicher, ob Du die richtigen Maßnahmen verfolgst. Und damit kannst Du Dich wochenlang im Kreis drehen. Also ich mit meinem Landhotel Baumwipfel in Willingen, ich traf die Entscheidung völlig begeistert und es kam schon zwischendrin immer mal wieder eine schlaflose Nacht. Habe ich das richtig entschieden? Jetzt mitten in der Pandemie bin ich des Wahnsinns, will das meine Tochter wirklich auch? Das kostet enorm viel Kraft und Zeit. Ich sag's mir und Dir, gewöhn Dich dran und gewöhne Dir an, dass Du zu Deinen Entscheidungen stehst und sie durchziehst. Ignorier die Zweifel und bleib so lange bei der Sache, bis Du wirklich sicher sein kannst, dass unter Umständen Deine Maßnahmen wirklich zu nichts führen. Bleib dran. Das ist mir jetzt gerade passiert mit dem Online-Coaching, eine Reise zu Dir. Jetzt wäre eigentlich tatsächlich heute der zweite Teilkommun oder überhaupt die Fortsetzung und es hat sich niemand angemeldet. Und jetzt noch in letzter Minute fliegen tatsächlich noch Anmeldungen rein. Also bleib bei der Sache, bis Du Dir wirklich sicher bist. Manche, manche neue Ideen brauchen einfach etwas länger. Ja, und 13, meine Lieblingszahl, alles hat einen Preis. Und wenn Du keine Lust hast auf die Konsequenzen, die Dein Tun mit sich bringen, wird's spannend. Ja, und dann frag Dich, wenn Du irgendwas Neues tust, ins Tun kommen möchtest, bist Du bereit, wenn es zum Beispiel um Malerei geht oder überhaupt um Deine Kunst, egal, Malerei, Bildhauerei und was Du sonst alles machen kannst, bist Du bereit, zigmal für Deine Kunst zerrissen zu werden und Dir anzuhören, dass Du kein Talent hast. Bist Du bereit, dass Menschen mit wenig Kunstverstand oder wenig Interesse etwas zu Deiner Kunst sagen, ich bin ja auch Malerin und habe immer mal wieder eine Ausstellung, ich zeige mich gern, im Augenblick gibt es ja nicht so sehr viel, ich musste mir echt ein dickes Fell aneignen, wenn jemand sagt, ah, sowas malt meine Tochter auch zum Beispiel, oder wenn einer durchgeht mit dem Finger auf die Bilder zeigt, das ist schön, das ist nichts, das ist schön. Ja, da ist groß die Frage, bist Du bereit, Dir das anzuhören, erträgst Du das, oder bist Du bereit, wenn Du irgendeinen Job, einen großartigen Job haben möchtest, mit dem Du weltweit unterwegs bist, bist Du bereit, ständig um die Welt zu fliegen und auf einen festen Freundesgras, was dann passiert, und Familie zu verzichten, das ging bei mir jahrelang, ich bin zwar nicht nur um die Welt geflogen, sondern viel mit dem Auto unterwegs gewesen, es ist die große Frage, bist Du bereit? Oder bist Du bereit, wenn Du ins Fitnessstudio gehst und mordst die Muskeln haben möchtest, bist Du bereit, fünf Stunden die Woche irgendwelche Gewichte zu stemmen, um am Strand mit einem Waschbrettbauch zu glänzen, oder vielleicht denkst Du nochmal darüber nach, ob der Preis, den Du für das Erreichen Deiner Ziele zahlen musst, für Dich angemessen ist, und zwar bevor Du dann ins Tun kommst, bist Du bereit, Frage zu zahlen. Ja, da ist auch ein guter Indikator, dass Du Dich fragst, mag ich die Tätigkeit und nicht nur das Ergebnis, mag ich das, was ich da tue in dieser Zeit, also mag ich gern rumfliegen, mag ich gern ins Fitnessstudio gehen, oder mag ich gern Ausstellungen machen, das ist hier die Frage. Also denkt daran, alles hat seinen Preis. Ja, Blockade 14, Du hast Angst, unbedeutend zu sein oder zu bleiben, das ist so ein bisschen einer meiner Blockadenthemen. Ich meine damit die Angst davor, sich nicht darin bestätigt zu sehen, etwas nicht zu schaffen und keinen Einfluss zu haben. Diese Angst kann besonders dann stark ausgeprägt sein, wenn Du als Kind die Erfahrung gemacht hast, dass Du nichts bewirken konntest oder all Deine Bemühungen ins Leere gelaufen sind. Du hast zum Beispiel gelernt wie verrückt, aber es hat nie gereicht. Du hast Dich in allem bemüht oder in einem besonderen Sport zum Beispiel bemüht, aber eigentlich hat es niemand interessiert. Hier kann auch eine tiefe Überzeugung von Ohnmacht sitzen, die Du wieder fühlen möchtest und theoretisch fühlen könntest, wenn die Umsetzung Deiner Idee scheitert. Hier hilft nur ausprobieren. Die Lösung ist nur, gegebenenfalls das Scheitern zu erleben und zu bemerken, dass es nicht so schlimm ist wie befürchtet. Dass im Gegenteil ich jetzt heute groß und erwachsen bin und auch mit heftigen Gefühlen umgehen kann. Zumindest diese heftigen Gefühle mal genau anschauen darf. Wie alt sind die und wo kommen die her? Und jetzt kommt noch etwas ganz super Interessantes. Die 15. Blockade. Deine Schatten kommen hoch. Ja, da war ich gerade mittendrin. Wenn Du Deinen eigenen Weg gehst, vor allem einen Weg, der vielleicht nicht so konservativ normal und in viele gehen, sondern wenn Du Deinen ureigenen Weg gehst und besondere andere Sachen machst, dann kommen Deine Themen hoch. Also um das klar zu sagen, da triggert Dein Licht für das Neue, die triggert Deinen Schatten. Und das kann sich auf unterschiedliche Art und Weise äußern. Also bei mir war es schlecht schlafen, mitten in der Nacht aufwachen. Bei mir war es auch, dass ich unruhig werde, dünnhäutig und oft auch gereizt. Es kommt auch zum Beispiel, dass es triggert, dass man anfällig für alle Art von Ablenkung ist. Statt was zu tun, lenkt man sich ab, dass man bedürftig wird, dass es so aussieht, als würde einem nichts gelingen. Oder man fast depressiv wird, sich krank fühlt. Dann auch noch körperliche Symptome. Was kann das alles sein? Kopfweh, Zahnschmerzen, Rücken, Schultern. Dass man zweifelt. Also diese Schatten, dieser Trigger, der zeigt sich tatsächlich körperlich. Da kommen dann meine, deine Themen hoch und fordern dich heraus und versuchen dich jetzt in der Komfortzone zu halten, nämlich möglichst nichts zu ändern. Beobachte, was da hochkommt. Vermutlich sind es ganz, ganz alte Geschichten von Situationen mit Verletzungen oder auch Blockaden oder Dinge, die ich nicht so wollte, Dinge, gegen die du dich gewehrt hast. Das ist tatsächlich eine einmalige Gelegenheit, hinzuschauen und dich selbst zu beobachten. Das ist tatsächlich ein Prozess, das läuft nicht. Also ich schlafe eine Nacht nicht und dann sehe ich schon, um was es geht, sondern tatsächlich in der ständigen Beobachtung, wenn ich gereizt bin, was liegt denn da drunter und was triggert da? Und das Triggern bedeutet ja immer, was will denn gesehen werden? Wo soll ich denn ganz genau hinschauen? Ja und damit wären wir schon beim 16., also bei der bis jetzt letzten Blockade, die mir so aufgefallen ist. Du hast Angst vor dem Scheitern. Das habe ich vor kurzem meine Tochter gefragt. Was könnte denn bei dir die Blockade sein, manchmal nicht ins Tun zu kommen und Sachen aufzuschieben und dann sind wir dahinter gekommen, dass es tatsächlich was mit Scheitern zu tun hat. Wenn ich ein Ziel vor Augen habe und was Neues mache und bereit bin zu handeln, besteht natürlich immer die Möglichkeit des Scheiterns. Aber woher weiß ich, ob die Enttäuschung des Scheiterns, ob ich das überhaupt ertragen kann? Das kann ich nicht wissen. Das Nicht-Versuchen ist oft eine Art, ich schütze mich, um Scheitern ertragen und Scheitern nicht ertragen zu müssen. Hier ist die Frage. Wie gehst du mit Angst um? Mit der Ungewissheit über die Zukunft, mit dem Teil, der keine konkrete Erfahrung darüber hat, ob du eine Situation meisterst oder eher nicht. Du kannst sie ausblenden, du kannst dich mit allem Möglichen betäuben, tausend andere Sachen machen oder du resignierst. Das heißt, du probierst gar nicht aus, was wäre, wenn du das Risiko eingehst, irgendwas zu tun, von dem du träumst. Dann bleibst du Zuschauer. Weil du befürchtest, das könnte noch schlimmer werden, als es jetzt schon ist. Das Problem dabei, der Gedanke, was wäre gewesen, wenn wir dich immer wieder einholen und dir eine diffuse Unzufriedenheit auslösen, du wirst immer wieder daran denken. Die Lösung, nimm einfach das, einfach ist es jetzt nicht, nimm das kleine, ängstliche Kind in dir liebevoll an die Hand und probier dich aus. Schau alte Kinderbilder an, wo du mit Freunden oder alleine gespielt hast. Da gab es noch keine Angst zu scheitern. Da hast du einfach gemacht. Waage kleine Schritte raus aus deiner gewohnten Welt. Riskiere es. Riskiere es zu scheitern oder zu sehen, dass das, wovor du Angst hast, gar nicht so schlimm ist. Sei liebevoll mit dem Gefühl, Angst darf da sein. Der Vorteil der Angst ist, dass wir nicht die allerwildesten Sachen machen, sondern ein bisschen genauer hinschauen. Du bleibst dann offen und fühlst Dinge, ohne ihnen eine Geschichte zu geben. Du entwächst, und das ist der große Vorteil, langsam deiner Komfortzone und machst neue Erfahrungen, die dir ermöglichen, deine Kraft zu spüren und Selbstwirksamkeit zu entwickeln. Einfach machen und eventuell zu scheitern ist besser, als sich vor dem Gedanken, schaffst du sowieso nicht, zu mürben, zu lassen und zu resignieren. Richtiges Scheitern ist viel gesünder. Du kannst dann einen Wunsch oder Traum wirklich loslassen, wenn es wirklich nicht funktioniert und damit abschließen, anstatt ihn dein Leben lang vor dich hinzuschieben und zu träumen und es je zu versuchen zu haben. Die Frage an dich, was hast du für Erfahrungen mit diesen Themen gemacht, mit diesen Blockaden? Also ich freue mich, von dir und deiner Geschichte zu hören. Wenn du ins Tun kommen möchtest und weißt nicht wie und brauchst Unterstützung, melde dich. Ich helfe dir gern. Nimm Kontakt mit mir auf. Die Mailadresse info.at.margin. www.margit-häuser.de Oder mach mit bei meinem Online-Coaching-Seminar. Es startet wieder am 18. Februar eine Reise zu dir. Die findest du auch unter www.margit-häuser.de Ich freue mich auf dich und herzlichen Dank fürs Zuhören und tatsächlich bestimmt. Bis bald. Bis bald.